Hallo Freunde des Lichts! Wir hatten vor kurzem, das ist schon wieder ein paar Tage her, ein Gewinnspiel gemacht und zwar über die Olight Freyer, diese wirklich tolle Lampe. Und einer von euch hat diese Lampe gewonnen. Für all diejenigen, die gerne so eine Lampe hätten, aber nicht gewinnen konnten, und das kann ja nur einer gewinnen, für die mache ich unten in die Videobeschreibung noch einen Link rein auf die Olight Seite und da mache ich auch einen Link rein über den Gutschein Coupon. Da bekommt ihr 10 Prozent, wenn ihr diese Lampe über diesen Gutschein auch bei der Firma Olight bestellt. Schaut's euch an! Es haben ziemlich viele Leute mitgemacht bei dem Gewinnspiel. Ich habe hier alle Leute festgehalten, jeweils auf einem Streifen ein Teilnehmer und ich werde jetzt diese Streifen in diese Box rein tun. Das ist die Verlosung Coups. Könnte auch gerne mit dabei sein, deswegen falte ich die jetzt zusammen. Aber ich mache das so, dass ich das ein bisschen schneller laufen lasse, weil das ist zu langweilig. So, jetzt haben wir alle Teilenehmer hier drin. Die werden gut gemischt. Es ist zwar unter Ausschluss des Rechtsweges, aber es soll ja auch nicht genauschelt werden. Deswegen läuft es eins zu eins durch das Video, ganz klar. Und ohne dass ich hinschaue, werde ich jetzt einen Teilnehmer hier aus der Box rausholen. Ja, eins. Und dieser Teilnehmer muss mir unter diesem Video in den Kommentaren muss mir schreiben. Und zwar muss er mir eins, zwei, drei, vier, fünf einen Kommentar schreiben. Nur eins, zwei, drei, vier, fünf. Damit ich sehe, dass es, dass es ihn erreicht hat. Der Teilnehmer ist, halte ich das richtig rum, Ravenhardt. Also hier schreibt man wieder unter dieses Video einfach nur eins, zwei, drei, vier, fünf. Und dann nehmen wir Kontakt auf miteinander. Und dann gebe ich deine Adresse, deine postalische Adresse, die du bitte nicht hier unter dieses Video schreibst, sondern das machen wir dann intern oder Privat-Mails. Sonst sieht es ja jeder öffentlich, muss ja nicht sein. Und dann gebe ich deine Adresse weiter an die Firma Olight und die wird dir dann in wenigen Tagen so eine wunderschöne, Moment, so eine wunderschöne Olight-Lampe mit vielen verschiedenen Farben im Lichtspektrum zusenden. Freut mich, dass du gewonnen hast. Ich werde auf jeden Fall, vorsichtshalber, diese Box noch so lange verschlossen lassen, dass sich Ravenhardt gemeldet hat. So lange bleibt es zurück. Weil wenn er sich nicht meldet bis, Moment, heute haben wir jetzt den 19. Ich schalte das Video frei am 20. Wenn er sich nicht gemeldet hat, bis 22. März, 24 Uhr, dann werde ich nochmal neu auslosen, dann ist es hinfällig. Am 22. März 2021, um 24 Uhr, endet's. Und dann wird neu ausgelost. Also, Ravenhardt, meld dich!